Führungen von Reisegruppen ohne entsprechendes Tourguide-System gehören der Vergangenheit an. Reisebürokunden erwarten und gehen davon aus, dass Führungen mit einem Tourguide-System stattfinden. Aus diesem Grund empfehlen wir den Marktführern in der Tourismusbranche das System Okaio WT320. Das Okaio WT320 ist ein zuverlässiges, bedienungsfreundliches und kostengünstiges System für geführte Touren. Es erfüllt die Erwartungen der anspruchsvollsten Kunden, sowohl hinsichtlich der Qualität als auch der Kosten. Die Designer von Okaio Electronics haben ein Gerät entwickelt, das praktisch intuitiv bedient werden kann. Der Reiseführer verliert also keine Zeit mehr damit, den Touristen die Funktionsweise des Gerätes zu erläutern. Der Empfänger WT320 spart auch Batteriekosten. Eine AA-Batterie reicht für mindestens 18 Betriebsstunden. Das neue Okaio System für eine Reisegruppe von 50 Personen passt jetzt in eine Tasche, die nicht größer ist als eine Laptop-Tasche. Sogar zierlich gebaute Menschen haben keine Probleme beim Transport dieser Ausrüstung. Das Okaio WT320 kann gekauft oder gemietet werden. Möchten Sie mehr wissen? Kontaktieren Sie uns jetzt. Wir stehen Ihnen telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Wir stehen Ihnen telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Wir stehen Ihnen telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.